Was kostet der Torhüter? Ja, hallo liebe Fußballfreunde, genau. Heute müsst ihr erraten, wie teuer der Torhüter gerade ist, sein aktueller Marktwert. Kannst du alle Torhüter erraten? Dann viel Spaß. Ach ja, und wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Ich danke für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke. Dann viel Spaß mit dem Fußballquiz. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020